Los, Leute! Sehr schön. Ich spüre die Energie, wenn ich da rausgehe. Es macht Klick und los geht's. Das ist meine Show. Ich kontrolliere sie. Ich fühle mich wie ein Superstar und nicht mehr wie ein Niemand. Ich bin Hollywood-Hailey J. Es ist wie eine Droge, wie Craig. Sobald du einmal durch den Vorhang gehst, ist alles anders. Wenn ihr eine heiße Wrestling-Nacht wollt, macht mal Lärm! Willkommen bei OVW!